Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den NetSwar X500 Staubsaugerroboter. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Saugrobo für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Saugrobo werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Staubsaugerroboter Sinn und Zweck von diesem Haushaltsgerät ist wirklich sehr schnell erklärt. Du möchtest die Aufgabe des Staubsaugens nicht selbst erledigen, du willst in der Zeit vielleicht lieber Zeit mit Freunden und Familie verbringen oder einfach nur deine Lieblingsserie auf dem Sofa genießen. Da kannst du die nervige Aufgabe des Staubsaugens eben an einen Robo abgeben, der das für dich erledigt. Es ist halt eine Geschmacksfrage, ob man das will und kommt auch wirklich auf die Wohnung an. Wie sinnvoll das Ganze ist, aber grundsätzlich würde ich diesen Netz vor X500 Staubsaugerroboter hier eher in den günstigen Preisbereich für Staubsaugerroboter einordnen. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Mit dem Smart Control über Alexa, Google Home oder App können Sie verschiedene Funktionen dieses intelligenten Staubsaugers einstellen, den Reinigungsplan oder den Reinigungsmodus ändern und die Saugleistung anpassen. Sie können den Staubsauger auch mit der Fernbedienung steuern. Es ist sogar ein Saugroboter mit Wischfunktion. Der X500 Staubsaugerroboter hilft Ihnen bei der täglichen Reinigung durch den absoluten Hochreinigungsmodus. Die 0,6 Liter große Staubbox hat ein großes Fassungsvermögen plus 350 Milliliter Wassertank, hat immer genug Wasser, um das ganze Haus zu wischen. Der X500 Staubsauger wird mit zwei Bürstenköpfen geliefert. Die Motorsaugleistung beträgt bis zu 3000 PA und die Reinigungswirkung ist stärker, insbesondere für T-Haare. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Wie ich finde, ein Akkustaubsauger, der sich preislich nicht zu verstecken braucht. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du alleine am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Netzwoar X500. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit, alles Gute und Ciao! Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke für deine Aufmerksamkeit.